Ja hallo Freunde, da oben ist er, der Hettich Drehteller, habe ich euch vor drei Monaten vorgestellt. In der Praxis wirklich eine super Sache. Das Video findet ihr auf meinem Kanal, aber darum geht es heute gar nicht, sondern wir schauen uns heute was anderes an. Bin ich zufällig drüber gestolpert, beziehungsweise drangekommen, weil Amazon mir hier ein Testprodukt zur Verfügung gestellt hat, um dort ein Video zu machen und meine Tochter diese Dinge haben will. Und zwar Fridge Caddy, also Kühlschrank Caddy. Wir schauen uns die Teile jetzt einmal außerhalb des Kühlschranks ordentlich an. Ich gebe euch die Maße und zeige euch, was die Dinger können. Okay, ja Freunde, die Praxis machen wir später noch. Eben mal kurz in der Theorie, was ist hier im Lieferumfang enthalten. Und zwar hier bei diesem Set waren zwei Stück dabei. Und so sieht das Ganze aus. Hinten gibt es eben halt hier einen gepufferten Ständer. Hier sind Gummischen unten drunter und vorne sind Räder. Damit kann man das entsprechend rausziehen. Ja, jetzt hatte ich irgendwo auf Amazon gelesen, dass manche gesagt haben, die Räder quietschen. Nein, ihr müsst nur einfach hier vorne diesen Pin ein Stück weiter rausziehen, dass die Räder mehr Luft haben und schon quietschen diese Teile nicht mehr. Hier gibt es dann immer zwei Einteiler, so nenne ich die Ganze jetzt mal, um das Ganze hier noch einzuteilen. Leider nur zwei Stück. Ich hätte mir hier mindestens vier gewünscht. Müsst ihr schauen, ob es andere Sets gibt, wo vielleicht mehr von diesen Teilen mit dabei sind. Die halten Bomben fest. Machen wir gleich, wenn ich das mal eben aufs Stativ gestellt habe. Zusammen, weil das ist ja wichtig. Ich habe eine Werkzeugkiste, da habe ich diese Teile auch drin. Schrauben und dann verschieben die sich ständig. Dann hast du ein Durcheinander da drin und so weiter. Die halten Bomben fest. Das kann ich euch schon versprechen. Seht ihr gleich. So, was haben wir für Maße? Und zwar seht ihr hier, also von hier nach da mit dem Griff habt ihr 38,5. Ihr werdet gleich sehen, dass das auf Standard Kühlschrank ausgerichtet ist. Dann habt ihr einmal hier ein Innenmaß und zwar dieses hier. Da seid ihr bei 34,5, weil das hier zwei Zentimeter jeweils, die da entsprechend weniger sind. So, eine Höhe habe ich ab Boden gemessen. Also da ist ungefähr noch zwei Millimeter. Habt eine Höhe von sechs Zentimetern und ihr habt eine Breite von 10,5. Da habe ich aber allerdings dann innen gemessen. Das ist das, was hier reingeht. So, jetzt machen wir mal diese Teile rein. Da werdet ihr sehen, dass die super straff sitzen. So, ich mache das Video ganz spontan und dementsprechend habe ich kein zusätzliches Licht aufgebaut. Ihr seht also, dass hier eben halt richtige Öffnungen sind. Dass das Teil hier so rum reinkommt, sollte klar sein. So, und dann sitzen die wirklich straff. Ihr müsst aufpassen, es verkratzt hier oben dann auch ein bisschen. Aber wenn man das dann reingedrückt hat, seht ihr hier, schließt es hier unten eben halt ab. So wird dann Schuh draus. Ja, an der Seite hier auch. So, ist richtig fest drin. Und dann, ja, so dass wenn ihr da Flaschen reinstellt oder sonst irgendwas, hält das Ganze hier auch. Ja, so. Und das macht ja Sinn und Zweck, dass das nicht umfällt. Ja, also. Gefällt wirklich sehr, sehr gut. Ich hätte mir nur mehr von diesen Teilen gewünscht. So, Freunde, stellt sich die Frage, wie praxisnah ist das Ganze denn hier? Also, wie gut läuft das? Ihr seht, also, man kann das hier rausziehen. Ihr müsst natürlich beidhändig fahren, das Ganze. Ja, es ist auf die Standardmaße eines Kühlschranks, seht ihr hier, ne? Sogar noch etwas geringer, wir könnten hier noch ein bisschen weiter rüberschieben, ist es eingestellt, ne? Hier unten, wo das Gemüsefach ist, wo hier, ne? Und diese Dinger dagegen stehen, passt das Ganze natürlich nicht mehr, ne? Sondern, da müsst ihr euch auch überlegen, wie hoch sind eure Gegenstände und so weiter. Aber das brauche ich euch ja nicht sagen. Dafür seid ihr schlau genug. So, ich will nur das Produkt vorstellen. Und dann seht ihr, bis hierhin, Kante, ne? Habt ihr, geht das Ganze wunderbar. Man muss es dann zweihändig fahren. Und der nächste Punkt ist natürlich der, bei dem Volumen, was hier eingeht, selbst wenn ihr hier Bierflaschen reinpacken würdet, ne? Kann man natürlich auch hergehen und das Ganze so rausnehmen. Vielleicht habt ihr auch irgendwas, ne? Wo ihr entsprechend eure Soßen, was weiß ich, Ketchup, Mario, diese ganzen Dinge, die ihr dann rausnehmen wollt und direkt so auf den Tisch stellen könnt, ne? Macht natürlich auch Sinn. So, ihr seht also, hier an der Stelle würden wir vier Stück reinbekommen. Macht das Ganze schon sinnvoller, ne? Vor allen Dingen, schaut ihr auch immer so, wenn ihr mal was rauszieht, so, was ist da hinten und, ne? Vergesst nicht irgendwas, ne? Sowieso was hier, ne? Wir schreiben das immer groß drauf, 223. Da wird dann heute mal eine Currywurst rausgefertigt. So, ja. Also. Das gefällt sehr gut. Und ihr seht, ne? Jetzt habe ich gerade so ein kleines Quietschen gehört, aber dass da manche von irgendeinem übertriebenen Quietschen und so weiter... Aber wie gesagt, ich habe es vorne einfach die Achse so ein Stück rausgezogen, geht und dann quietscht es nicht mehr. Hier muss ich das wahrscheinlich nochmal machen, ja? Nochmal so geschaut, ne? Ja? Einteilungen, ne? Man kann natürlich immer zwei Sachen reinbringen. Praktischer wäre es noch, wenn man noch vielleicht eins, zwei mehr hätte, habe ich schon gesagt. Aber ansonsten läuft das gut und das Konzept gefällt mir, ja? Weil ich arbeite jetzt halt, ne? Eine Handkamera einhändig und ihr seht, ne? Hier haben wir immer dadurch, dass da unten die Räder gummiert sind, einen leichten Stopp. Ja? Stoppen jetzt automatisch. Also nicht zu energisch ziehen. Aber es läuft. Also, absolut ein sinnvolles Produkt, ne? Hier würde man jetzt hergehen, zum Beispiel könnte man hergehen, das Ganze ein höher stellen, ne? Dass man das dann auch anders darstellen kann und so weiter. Ihr seht, ich habe jetzt hier oben die eine Glasablage rausgenommen, ja? Aber praxistauglich ist das Ganze und Sinn macht das hier auf jeden Fall auch. Ich denke mal, die Userin, meine Tochter, wird sich darüber freuen, weil die noch keinen Hettich-Kompost-Bendrehter hat. Okay, Leute, alles Gute, bleibt gesund und tschüss.